Herzlich willkommen zu Lautgedacht, dem neuen Podcast des Forschungsmagazins der Universität Jena. Bei Lautgedacht kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort, um über Hintergründe oder aktuelle Themen aus der Wissenschaft zu reden. In der heutigen Ausgabe geht es um das Thema Präsenzlehre oder Online-Lehre. Letztere hat die Corona-Pandemie einen unerwarteten Schub gebracht, daher gibt es aus aktuellem Anlass die Möglichkeit, sie auf den Prüfstand zu stellen. Wir sprechen darüber mit den Professoren Andrea Esser und Nils Beußen und ich freue mich, dass sie hier sind. Schönen guten Tag. Hallo. Andrea Esser ist Professorin für Philosophie mit Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität in Jena. Ihre Position zur digitalen Lehre ist von einer gewissen Skepsis geprägt. Sie lehnt sie nicht grundsätzlich ab, aber sie findet es wichtig, die Grenzen der digitalen Lehre auszuloten und kenntlich zu machen. Sie ist überzeugt, dass man die Präsenzlehre nicht ohne Verlust ersetzen kann. Außerdem verstehe sie, Zitat, studieren als eine Lebensform, die auch von politischer Bedeutung ist. Auf diese Lebensform wirkt die Umstellung auf digitale Formen der Lehre destruktiv. Zitat Ende. Willkommen, Frau Professor Esser. Nils Beußen ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, speziell Operations Management. Er ist auch weiterhin offen für Präsenzlehre und kennt und schätzt ihre Vorteile. Aber wenn es darum geht, eine sehr heterogene Studierendenschaft mit unterschiedlicher Vorbildung und mit alternativen Arbeitszeitmodellen anzusprechen, hält er die Online-Lehre für extrem vorteilhaft. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Professor Beußen. Und damit steigen wir auch direkt in die erste Frage ein. Wie haben Sie denn das erste reine Online-Semester hinter sich gebracht? War die Online-Lehre für Sie neu? Welche Erfahrungen gab es in diesem Semester? Vielleicht Ladies first, Frau Professor Esser. Ja, danke. Also ganz neu ist die Online-Lehre auch trotz meiner Skepsis für mich nicht gewesen. Ich habe es ja auch schon vorher genutzt und dem Blended Learning versucht, irgendwie Rechnung zu tragen und beispielsweise Vorlesungen aufgenommen oder die Tools bei Moodle genutzt, um in einen schriftlichen Austausch mit den Studierenden zu kommen. Was jetzt die Erfahrungen angehen, so würde ich sagen, am Anfang dachte ich, prima, da kannst du ein bisschen ausprobieren und bringt auch einen neuen Schwung irgendwie in die Lehre. Aber ich muss sagen, meine Erfahrungen haben sich im Lauf des Semesters doch auch noch in die Richtung der Skepsis bewegt. Mir fehlte die Resonanz ganz deutlich. Also ich habe gemerkt, wie sehr ich angewiesen bin auf ein Publikum und auf, sagen wir mal, mehrere Daten der Rückmeldung, Stimmung, Stirnrunzeln, Mimik, Gestik, um in einen wirklichen Austausch zu kommen. Und ich fand es letztlich insgesamt wenig inspirierend. Also gerade die Vorlesung, die ich mit einer großen Freude halte, da ging mir die Präsenz sehr ab. Und wenn ich jetzt die Erfahrungen, die ich beobachtet habe, bei den Studierenden formulieren würde, würde ich sagen, es ging in Richtung eine Verschulung, auch eher eine Haltung, die in eine Passivität ging und zu einer Erwartungshaltung. Also ich fühlte mich dann doch mitunter eher als eine Dienstleisterin, weniger als eine Gesprächspartnerin. Und ich habe in gewisser Hinsicht eine Unselbstständigkeit auch bemerkt. Also es kamen unheimlich viele Fragen, die sich sonst eigentlich nicht stellen, die die Studierenden selber lösen, sondern jetzt kam so dieses, ich finde was nicht, E-Mail schreiben an die Mitarbeiterinnen oder... Also im Grunde eine andere Haltung auch, die ich gar nicht erwartet habe, weil ich eher dachte, die sind viel experimenteller drauf. Und manche Studierenden haben gesagt, sie fühlen sich gar nicht mehr wie Studis, sondern eher wie Schüler mit Hausaufgaben. Das war so ein bisschen im Rückblick meine Erfahrung mit dem letzten Semester. Wie ging es bei Ihnen, Herr Beußen? War die Resonanz ähnlich? Na ja, neu war das natürlich für uns alle. Und genauso mussten sich die Lehrenden umstellen wie die Studierenden. Und viele Fragen, die man sonst unter sich klären konnte, mussten dann natürlich an anderer Stelle gestellt werden. Und wir hatten sicherlich alle ein paar Wochen zu tun, bis wir uns da zurecht geschwommen haben. Und dieses fehlende Feedback ist, glaube ich, das große Problem, was man sowohl auf Lehrenderseite hat. Das fehlt mir auch. Ich halte auch gerne Vorlesungen und freue mich, wenn alle über meine Späßchen mal lachen und man eben auch dieses Stirnrunzeln sieht, wenn man vielleicht nochmal was wiederholen muss. Das ist wichtig für den Lehrenden. Aber sicherlich auch genauso für den Lernenden. Und das Schlimmste, was man eigentlich bei der Online-Lehre machen kann, ist einmal zu Beginn des Semesters seine Inhalte reinzuspielen in eine Online-Plattform, sei es einfach nur die Skripte hochzuladen und dann nach ein paar Monaten die Klausur zu schreiben. Da verliert man die Studierenden, glaube ich, unterwegs. Und da muss man die ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Klar, im Negativen geht das in Richtung Verschulung. Auf der anderen Seite haben wir halt auch neue interaktive Instrumente ausprobiert, wie zum Beispiel haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem Peer-Review gemacht, dass halt wichtig war uns halt, dass wir für jede Vorlesung halt eine Wissenskontrolle halt machen. Und da haben wir halt Aufgaben gestellt und das mussten die Studierenden untereinander. Also ich musste nicht nur meine eigene Frage beantworten, sondern ich musste auch noch die Frage von jemand anderem mit einer Lösungsskizze halt bewerten. Und dann muss ich also zusätzlich nochmal über die Fehler des anderen halt nachdenken. Und dann kommt da auch so ein bisschen Interaktion zwischen den Studierendenzustande. Und wenn man halt solche Elemente einbaut, dann denke ich, kann man das einigermaßen abfangen. Das heißt, das war für Sie eine andere Form der Motivation, die von Frau Esser genannte Passivität der Studierenden zu überwinden? Naja, ich sehe dieses Problem halt auch. Und man muss da das richtige Maß halt finden. Man darf es nicht zu stark machen, dann wird es halt sehr verschult, dass man halt jeden Tag ein Feedback geben muss und womöglich halt kontrolliert, ob die Videofilme angeguckt sind. Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber so ganz alleine lassen darf man die Studierenden halt auch nicht. Und da gilt es halt, das richtige Maß zu finden, wo dann beide Seiten ein bisschen Spaß auch dran entwickeln. Kann ich gut verstehen. Und das finde ich auch in gewisser Hinsicht das Inspirierende an einem Medium. Also, dass man irgendwie gefordert ist zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich, was kann ich für neue Tools ausprobieren und so weiter? Aber ich glaube immer, ich muss auch noch deutlich machen, dass wir sicher eine unterschiedliche Fächerkultur haben. Also, bei uns ist es so, dass es weniger um Wissensvermittlung geht, als um ein, um Verstehensprozesse und einen Dialog. Das heißt, ich bin also angewiesen darauf, dass von den Studierenden auch wirkliche Verstehensprozesse und Formulierungen kommen. Also, dass sie mitdenken, dass sie ins Denken und Schreiben gehen. Und das ist quasi per se schon mal sehr stark auf einen Dialog ausgelegt. Wissenskontrolle sieht bei uns ganz anders aus. Die können wir nur im Gespräch und in einem schriftlichen Austausch haben. Das hatte die Konsequenz, dass ganz, ganz viel bei uns schriftlich lief. Aber da nutzen wir uns keine drei Sätzchen, sondern es geht ja um Argumentationen, um ein Einsteigen eben in einen Verstehensprozess. Und da hatte ich das Gefühl, dass mir dafür die Tools, die mir zur Verfügung stehen, eigentlich keine Hilfestellung sind, sondern die treiben alles in eine Richtung, wie sie für die Philosophie jedenfalls problematisch ist, weil es immer mehr in die Wissensvermittlung und Wissenskontrolle geht. Was nicht unser Ding ist. Jedenfalls nicht primär. Das kann ich verstehen. Also, mein Fach ist halt sehr stark an der Grenze zur Wirtschaftsinformatik und Mathematik halt angesiedelt. Und da ist es halt ein unheimliches Asset, dass ich ein Video einfach mal stoppen kann und mir das noch mal angucken und zur Not noch mal und noch mal angucken an kritischen Stellen, bis ich das halt wirklich verstanden habe. Oder auch einfach noch mal nachlesen kann in anderen Worten, wo jetzt genau dieser Knackpunkt, den ich als Studierender nicht verstanden habe, noch mal anders erklärt ist. Das kann ich schon verstehen. Und bei uns im Extremfall lässt sich halt so Wissenskontrolle halt immer auf eine Rechenaufgabe kondensieren. Und da trägt man halt ein Ergebnis ein. Und da kann ich im Extremfall sogar voreinstellen, was das richtige Ergebnis ist. Dann wertet mir Moodle sogar automatisch aus, ob das Ergebnis richtig ist. Und das ist natürlich auch eine Ökonomiefrage, das zu machen. Wenn ich einen 20-seitigen Aufsatz halt schreiben muss, ist das natürlich schon allein vom Korrekturaufwand eine ganz andere Geschichte. Das kann ich schon verstehen. Und von daher darf man nicht den Fehler machen, wirklich jetzt die Erkenntnisse, die man jetzt in einem Fach haben, jetzt in einem anderen Fach überstülpen zu wollen. Also, soweit möchte ich mit meiner Euphorie mit der Online-Lehre jetzt auch nicht gehen. Aber Sie, Frau Esser, haben für mich erstaunlich gesagt, nicht gesagt, Sie wollen unbedingt zur Präsenzlehre zurück, sondern Sie hätten die Tools nicht gehabt, die das leisten können. Wünschen Sie sich andere Tools? Gibt es andere Tools, die Sie jetzt aus den Erfahrungen heraus sich für das kommende Wintersemester beispielsweise wünschen, wo es ja hybridmäßig vorgehen wird? Ja, also da möchte ich sagen, da gibt es, da liegt die Skepsis. Also, ich denke, es gibt sicher eine Reihe an Tools, die man weiter ausprobieren kann. Aber mir geht es schon darum, die Grenze deutlich zu machen und zu sagen, für bestimmte Formen der bei uns, der des Austausches für Verstehensprozesse, für eine Ausbildung kritischen Denkens, einem hermeneutischen Umgang mit Texten beispielsweise, einer direkten Diskussion. Dafür sehe ich keine technischen Tools. Da sehe ich keinen Ersatz. Also, das heißt, bei mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, auf lange Sicht wird der technische Fortschritt oder meine Kreativität das Problem lösen, sondern die Argumentation zurück zur Präsenzlehre liegt dahin, dass ich sagen würde, es gibt eine Grenze. Und es gibt also eine qualitative Grenze. Und die Präsenzlehre ist nicht eins zu eins übertragbar oder ersetzbar. Sondern, und das verschärft jetzt die Sache, birgt sogar auch eine Gefahr für unser Fach oder für jetzt nicht nur die Philosophie, sondern für geisteswissenschaftliche Fächer und für die studentische Lebensform. Also, das ist ein anderer Punkt, das ist der politische Aspekt, auf den können wir vielleicht noch kommen, den ich denke, mit denen man mitbedenken muss, wenn man über dieses Medium diskutiert. Welche Gefahr sehen Sie denn? Ja, also machen Sie sich klar, dass ein Medium, so würde ich sagen, wie jedes Medium, nicht irgendwie eine neutrale Hülle ist, in das man Inhalte einfüttert und die dann transportiert, sondern jedes Medium macht etwas mit den Inhalten, wird auf eine bestimmte Weise präsentiert. Jetzt fange ich mal mit dem banalsten an. Es gibt im Zusammenhang von Zoom-Sitzungen oder auf der Basis einer Moodle-Kommunikation andere Formate, die uns zum Beispiel zwingen, die Formate kürzer und kleiner zu halten. Also präferiert, dazu gibt es bereits auch schon Studien von 2004, präferiert werden im Distance Learning, sogenannte Wissens-Learning-Nuggets. Ich nenne das Häppchen-Philosophie. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie man auf der Basis der Häppchen-Philosophie Hegels Phänomenologie des Geistes verstehen möchte. Das geht nicht. Das kriegen wir nicht rüber. Wir kriegen es schon fast nicht rüber. Und das wäre ein zweites Beispiel für eine Eigendynamik eines Mediums. Wir haben schon Schwierigkeiten gehabt mit der Umstellung auf Modularisierung, weil wir dann bestimmte Stoffe, Themen, Texte, die eine Kontinuität brauchen und die eine längere Zeit brauchen und auch längere Zeitslots brauchen, um vermittelt zu werden, weil wir die da nicht mehr reinkriegen. Weil sich eben das philosophische Arbeiten nicht, so wie Adorno das mal gesagt hat, wie ein Baukastensystem aufbaut, sondern es ist eher wie ein Springen in ein Wasser und dann gibt es ein paar Schwimmtiere, in denen man sich irgendwie orientiert. Aber das ist doch kein Problem von digital oder online. Das Problem haben Sie in der Präsenzlehre ja auch. Normalerweise fällt da nach 90 Minuten irgendwie, da muss man zu einem Ende gekommen sein, weil die nächste Vorlesung sich anschließt. Ich möchte vielleicht auch nochmal, ich sehe den Punkt, aber vielleicht sollten wir in der Diskussion nochmal deutlich trennen von dem Ideal, was man vielleicht immer hier jetzt gern so spinnt. Man ist in einer ganz kleinen Gruppe und diskutiert mit Studierenden, die die Phänomenologie des Geistes schon alle mehr oder weniger zwei Drittel durchdrungen hat und sich perfekt vorbereitet haben. Da sehe ich das auch so. Aber die Realität ist ja häufig eher so, die Gruppe ist deutlich größer, keiner hat den Text gelesen. Die meisten sitzen noch nebenbei und pflegen noch ihre Daten auf dem Handy, ihre sozialen Medienkontakte oder sowas und sind reichlich abgelenkt. Und wenn man diesen Status Quo, den man leider häufig in Vorlesungen hat, wenn man davon dann den Sprung zur Onlinelehre sieht, dann ist der Sprung vielleicht gar nicht mehr so groß. Ja, also da haben wir glaube ich einen Unterschied in der Fächerkultur. Also wenn wir in einem Seminar sitzen, sagen wir mal, dann sind das in der Regel zwölf bis zwanzig Leute in einem Seminar und da geht es nicht, dass man nebenbei seine für E-Mails checkt oder dass man den Text nicht gelesen hat. Also die Leute werden definitiv abgehängt, wenn sie das nicht tun. Das erfahren sie. Das erfahren sie in der Sitzung, die dialogisch aufgebaut ist. Und diese Dialogizität, dass jemand vorliest, dass wir uns verständigen, dass wir versuchen Aspekte reinzubringen, diese Dialogizität kriege ich, und das habe ich durchaus versucht, aber das merke ich, das ist nicht leicht zu übertragen in einen Zoom-Raum zum Beispiel. Also ich habe meine Seminare in Zoom gehalten, wo sie, das ist jetzt die Realität, teilweise mit Klötzchen, die mit Namen beziffert sind, betitelt sind, sprechen, weil eben die Netzverbindung nicht so gut ist. Das ist die Wirklichkeit. Die sich also nicht zeigen, die dann auch zurückfallen quasi eben in dieses, ja, nicht sich angesprochen fühlen und so weiter. Also die Dialogizität, die kriege ich nicht gut unter in den 90-Minuten-Slot auf der Basis von Zoom. Der Hammer fällt immer, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, viel länger, viel längere Intros zu machen, weil der Aufmerksamkeitsbogen auch wesentlich größer ist in der Präsenzsitzung. Sie können viel mehr die Leute ansprechen und was wir, das war übrigens auch eine Rückmeldung, wir haben eine Umfrage gemacht im Institut für Philosophie, noch während des Semesters, wie es den Studierenden geht, und die haben gesagt, die Sprecherpositionen, die werden im Grunde prekär, weil es sprechen die, die im Grunde es schon immer gerockt haben. Und diejenigen, die Hemmungen haben und die so ein kleines Nudging bräuchten, damit sie rauskommen, die fallen zurück. Und die, die verlieren wir auch im Seminar. Also ich hatte ein großes Seminar über Eigentum und ich würde sagen, da sind in kürzester Zeit diejenigen weggebrochen, die im Grunde die Präsenz bräuchten, damit sie von einem anderen mitgenommen werden. Und das ist natürlich jetzt ein Unterschied, jetzt nicht nur ein zeitlicher. Der Dialog auf Zoom ist ein anderer, als wenn sie in einem Raum sitzen. Also sie begegnen Leuten auch. Das klingt für mich aber wie Alltag, den ich auch in der Präsenzlehre zumindest erlebt habe. Es reden immer dieselben und manche von den anderen bleiben nicht. Wie sieht es in der Wirtschaftswissenschaft aus? Also zunächst einmal möchte ich betonen, dass man bei uns natürlich auch die Texte lesen muss, um dich mitzusprechen. Und natürlich ist das Seminar vermutlich auch die kritischste Veranstaltung. Ich will ja gar nicht sagen, dass alles durch Online-Lehre eins zu eins ersetzbar ist. Und natürlich ist es schön, ein Seminar zu machen. Ich hatte allerdings, wir haben das Seminar relativ ähnlich gehalten. Die Studierenden mussten ihren Vortrag als Video drehen. Da war ich begeistert, was für Kreativität da frei geworden ist, was die da gemacht haben. An unterschiedlichen Standorten gedreht. Also anscheinend liegt das den Digital Natives heutzutage wesentlich näher dieses Medium. Also das war hervorragend. Und die Diskussion haben wir dann über Zoom halt auch gehalten. Und da hatte ich eher den Effekt, dass ich das Gefühl habe, traditionell sind die Seminare bei uns eher ein bisschen größer allerdings, auch nicht viel größer als die Zahlen, die Sie eben genannt haben. Und da habe ich oft das Gefühl, dass da die Sprachhemmung viel größer ist. Und das immer so ein paar, wie Sie gesagt haben, die rocken die Diskussion und reißen das an sich. Ich hatte eher den Eindruck, dass viel mehr Fragen und Rückmeldungen kamen, eben weil die Scheu in so einem Zoom-Raum nicht so groß ist, weil man da ja auch immer nur den Sprecher sieht. Da fällt einem ja gar nicht so auf, dass man dann mit so vielen Leuten unterwegs ist. Also so ganz so prekär habe ich das nicht gesehen. Aber Sie haben natürlich recht, dass das Seminar vermutlich die schwierigste Aufgabe ist. Und am schönsten würde ich natürlich auch die Welt finden, wo ich mich einfach aus einem riesen Toolset bedienen kann. Das kann online sein, das kann präsent sein und dann jeweils die beste Form dafür raussuchen kann. Ja, jetzt ist allerdings noch ein Punkt so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also jetzt, wir haben uns so aufgeteilt in die Skeptikerin und denen, was haben wir für Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, würde ich ja auch sagen, die sind reizvoll. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was mir im Hintergrund ja noch hängen geblieben ist, sind die Umfragen einerseits unserer Studierenden, die sehr deutlich gemacht haben, dass sie erstes Mal es vom Arbeitsaufwand her fast nicht mehr schafften, das alles schriftlich zu machen, statt eben den mündlichen Austausch. Und die eben einen Punkt eingeklagt haben, der jetzt eigentlich immer so ein bisschen runtergespielt wird, nämlich die Begegnung. Und das ist die tatsächliche Kommunikation, das Gezwungensein auch, wenn man in einem Raum ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Und das ist meines Erachtens, oder auch das ganze Informelle, das Gespräch davor, das Gespräch danach, wo sich, also wir haben oft die Situation, dass sich am Rande des Seminars auch neue Gruppierungen finden. Also zum Beispiel auch Initiativen. Bei uns sind es Lesekreise eher, oder kleine Initiativen, die zum Beispiel sagen, wir machen eine Homepage zum Thema, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus, Antisemitismus in der Philosophie. Das wären dann auch digitale Initiativen, aber die bilden sich eher in diesem informellen, am Rande, an dem Austausch, wo man merkt, ja hier findet was statt. Und das ist das, was ich mit der Lebensform meine. Also ich habe festgestellt, und das war auch Teil der Rückmeldung, dass die Leute teilweise völlig isoliert sind. Also dass sie genau das, ein studentisches Leben heißt ja, ich trete nicht nur in einen fachlichen Austausch, sondern bei uns ist vor allem das Politische wichtig. Was die Leute bei uns lernen, ich habe einen Lehrstuhl für politische Philosophie, ist ein politischer Austausch. Das sind, ja, ich würde sagen, da bildet sich auch teilweise erst ein politisches Bewusstsein. Das verstehe ich unter Studentenleben. Also nicht nur mich gut durchs Studium bringen, sondern all das, was mit reinbringt. Und das ist etwas, was eben auch für eine, ich würde sagen, für eine beglückende bürgerliche Existenz wichtig ist. Ja. Darum setzen Sie natürlich aber jetzt auch die klassische Abiturientin, den Abiturienten voraus, der dann zum Studium geht und das dann auch in Vollzeit betreiben kann. Auf der anderen Seite, ich sehe den Punkt auch und natürlich möchte man das nicht missen in Interaktionen. Wer erinnert sich nicht mit Freude an sein Studentenleben zurück und die Freundschaften, die man da gemacht hat, das hält fürs Leben. Das will man natürlich nicht aufgeben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, ein sehr, sehr heterogenes Publikum anzusprechen. Also Leute, die arbeiten müssen, Kinder erziehen müssen, Leute pflegen, die haben plötzlich die Möglichkeit, ein Studium zu machen. Und das ist noch ein weiter, wir haben ja auch immer sehr, die Vorbildung ist halt auch immer so unterschiedlich. Das war bei uns beim Master ganz extrem immer. Da kommen von unterschiedlichsten Hochschulen, von Berufsakademien, Fachhochschulen, die sind ganz unterschiedlich vorgebildet. Denen fehlen ganz häufig mathematische Grundkenntnisse. Und wenn wir die alle wiederholen, dann sind unsere eigenen Bachelorstudenten, die gähnen die ganze Zeit nur rum. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, ich führe ein Gespräch mit denen, stelle fest, wo sie ein Manko haben könnten, wo Fehler sein können. Dann sage ich, guck dir hier Vorlesung XYZ, die guckst du dir an. Da kriegt jeder sein individuelles Paket. Das kann ich schon vor dem Semester machen. Der startet dann gleich mit dem Wissenskenntnis. Das sind so Möglichkeiten, die mich dann wieder begeistern an diesem Medium. Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich bei uns, weil wir zwar auch Studierende haben, die und verschiedene Voraussetzungen mitbringen und übrigens auch durchaus nicht alle ein Abitur haben, aber die lernen voneinander. Und das ist total wichtig. Also wir haben eben nicht dieses, dass wir sagen können, ah ja, du bist hier noch nicht so weit, sondern erst mal kommen die in der Regel in die Philosophie und haben in der Schule alle keine Philosophie gehabt oder nur wenige. Und man weiß auch nicht, was für einen Unterricht. Das heißt also, für uns ist es ganz wichtig, dass auch gerade die Heterogenität aufgefangen werden kann. Und das machen wir, indem wir versuchen, integrative Gruppen zu bilden. Also nicht einzelne Kurse und quasi ausgliedern, sondern indem wir versuchen, gerade die verschiedenen, die Verschiedenheit produktiv zu nutzen, um es mal so zu sagen. Und mir ist schon auch wichtig zu sagen, was die jetzt lernen, wenn sie gemeinsam in einem Raum sitzen und sich gemeinsam auch auseinandersetzen müssen, auch es ertragen müssen, dass jemand jetzt aus ihrer Sicht völligen Unsinn spricht, nicht argumentiert, sich in Widersprüche verwickelt oder einfach ungebildet philosophisch ist. Sie glauben gar nicht, wie erhitzte Empörung da auch teilweise aufkommt. Wie kannst du so was sagen? Und was sie lernen, ist aber eine Diskursfähigkeit. Also das ist mit ein Teil des Seminars und des Austausches. Und es sind eben nicht nur Freundschaften, private schöne Erlebnisse einer Studienzeit, sondern ich würde sagen, das, was ich unter studentisches Leben und Lebensform, was ich da verstehe, das ist mit ein Teil einer Ausbildung, ein öffentlicher, politischer Mensch zu werden. Und die Unterschiede, also ich fand das ganz interessant, das Distance Learning verspricht ja, dass wir jetzt auch die erreichen, die sonst vielleicht Schwierigkeiten haben. Sie haben gesagt, ja, also die in Pflegeverhältnissen stehen oder die Erziehungsaufgaben übernehmen müssen oder auch internationale Studierende. Und das, da hatten sie auch eine Frage gestellt, aber auch im Vorfeld, das heißt ja außer Frage. Und das sehe ich nicht so. Also das war gerade die Rückmeldung, dass es für diese Gruppen extrem schwierig ist. Und zwar, weil nun das Studium, man kann sagen, als Haupttätigkeit immer mehr zurückgedrängt wird. Und ich versuche jetzt mal auf die möglichen politischen Konsequenzen und die Entwicklungen gegenüber, denen wir skeptisch sein sollten, den Augenmerk zu legen. Heißt nicht, dass das alles so eintreten muss. Aber es kann eine Tendenz hingeben zu sagen, naja, wir erreichen die jetzt alle und das Studium ist jetzt nicht mehr quasi die Haupttätigkeit, sondern wird zu einer Nebentätigkeit. Weil wir das ja flexibel machen können. Und damit wird aber auch eine Lebensform abgebaut. Und für die Leute, die jetzt Pflegeverpflichtungen haben, ist es durchaus komplizierter. Die haben gar nicht mal so sehr das positiv beurteilt in unserer Umfrage, sondern gesagt, für sie ist das ineinander. Von Pflege, von Studium, Räumliches, alles in einem, am Abend dann noch schnell sich einen Kurs reinpfeifen, dann wieder irgendwie sich um die Kleinen oder um die Eltern kümmern. Das wäre mitnichten eine Entlastung, sondern eine Mehrbelastung. Und sie wären total froh, wenn sie auch mal den Raum verlassen könnten. Indem sie dann immer mehr in der Isolation gefangen sind. Und für die internationalen Studierenden, die haben größte Probleme gehabt, weil sie eben nicht mehr integriert werden in die Sprachgemeinschaft, in die Aktivitäten. Also ich habe mehrere chinesische Studierende. Der am schlimmsten war für einen meiner Studierenden, dass er eben auch nicht mehr Fußball spielen konnte, dass er überhaupt nicht mehr sprechen konnte, weil er allein in seinem Kämmerchen saß und sich nicht getraut hat. Herr Poelsen, Ihre Studierenden, haben die auch diese Isolationserfahrung, die ja, so wie Frau Esser das schildert, noch weit über das hinaus zu gehen scheint, was jeder, jede von uns erlebt hat? Naja, klar. Ich meine, man muss sich ja nur vorstellen, man sitzt da in seinem Studentenwohnheimzimmer auf wenigen Quadratmetern und ist isoliert. Klar, dass da jeder Probleme hat mit umzugehen und für jeden die Situation neu war, sehe ich auch so. Und ich will auch nicht in Abrede stellen, dass jetzt durch Online-Angebote ein Studium neben einer anderen Aufgabe, Haupttätigkeit hinzukriegen, wesentlich leichter wird. Aber nichtsdestotrotz eröffnen sich halt unheimlich viele Möglichkeiten kurz vor Feierabend. Oder jeder hat halt einfach auch eine individuelle Herangehensweise an das Lernen und lernt einfach nur zu unterschiedlichen Zeiten. Und von daher bietet das natürlich eine gewisse Flexibilität, die man jetzt auch nicht in Abrede stellen kann. Dass das natürlich auf der anderen Seite, wenn man nur noch im Kämmerlein sitzt und Videofilme konsumiert, dass das nicht gerade positiv für die Menschwerdung ist, sage ich jetzt mal so, das sei nicht in Abrede gestellt. Von daher muss es natürlich immer auch diese Präsenzelemente halt geben. Natürlich ist der Mensch ein soziales Wesen und zeichnet sich da aus und muss diskutieren lernen. Und da möchte ich nun beileibe nicht diese Interaktion abschaffen in der Lehre. Damit sind Sie sich bei einigen Dingen ja sehr nah. Ich habe das Gefühl, Sie, Frau Esser, redeten ja jetzt immer von Seminaren. Aber das ist ja auch nur ein Teil der Lehre. Vorlesungen, wo einer vorne steht, wo man vielleicht auch noch mal sich traut, eine Frage reinzustellen. Aber es ist ja ein völlig anderes Format, das genauso zur universitären Lehre gehört. Wäre das aus dem digitalen Tools heraus machbar? Ja, also da war ich eigentlich am Anfang am überzeugtesten. Ich dachte mir, ja, also Vorlesungen, da kann man vielleicht auch gut experimentieren, indem man kurze Inputs macht und dann arbeiten die selbstständig und so weiter. Aber ich habe also, die eine Erfahrung betrifft nur mich persönlich. Das muss nicht jedermanns Erfahrung sein. Ich habe schon mal früher eben mehrmals Vorlesungen aufgezeichnet, wenn ich auf Vortragsreise war. Und dann saß ich so zu Hause, so in diesem Setting wie jetzt hier auch vor einem Mikrofon und mit meinen Notizen. Und dann merkte ich nach kürzester Zeit, mir kommt der ganze Schwung abhanden. Es ist konstitutiv, dass ich mit jemandem spreche. Das fand ich eine unglaublich interessante Erfahrung. Und mein Tutor hat mir auch rückgemeldet und sagte, ja, Frau Ässer, also wir hatten so verschiedene Formate. Am Anfang habe ich nur Podcasts gemacht, dann habe ich PowerPoint mit Video und dann haben wir Zoom-Sitzungen gemacht und so weiter. Aber bei den anfänglichen Formaten sagte mir mein Tutor, ja, das ist schon alles schön. Ich höre Ihnen gerne zu. Ich finde es auch toll, dass ich die Sachen mehrmals hören kann oder mal eine Pause einlegen kann. Aber irgendwie klingen sie doch so ein bisschen steif. Und genau das ist es. Also sagen wir so, ich habe das dann auch schriftlich vorbereitet, weil ich nicht eineinhalb Stunden, wie ich das sonst mache, freisprechen kann. Da ergibt sich das irgendwie anders. Also bei der Vorlesung war ich zu meinem eigenen Erstaunen nicht so begeistert von meinen, von den Möglichkeiten. Oder sagen wir so, wir haben dann umgestellt auf Zoom und da war ich dann eben mit den Klötzchen unterwegs. Und das war auch nicht so richtig schön. Man muss sich da umstellen. Und ja, ich mache auch immer ganz gerne mal ein paar Späße in der Veranstaltung und so. Und das kommt man sich natürlich schon blöd vor, wenn man das vom Video macht. Aber ich habe mir das dann immer gemacht mit meinem Sohn. Der war ja auch zu Hause durch die Corona-Situation und hat sich auch immer gelangweilt. Und der ist dann, mit dem hatte ich halt verabredet, in jede Vorlesung einmal reingeplatzt. Nach 35 Minuten hat irgendwas gefragt. Mama fragt, wann du endlich die Fenster putzt oder sowas. Haben wir so einen Running Gag eingebaut. Von daher, es geht schon. Also das ist sicherlich eine Umgewöhnung. Aber ja, man muss dann halt sich auf das Medium einlassen und sicherlich die Vorlesung eher in etwas kleinere Häppchen zerlegen, wie Frau Esser das vorhin auch schon gesagt hat. Weil man merkt das ja auch an sich selber, wenn man selber Videofilme guckt, die anderthalb Stunden lang sind, womöglich noch die eigenen, dann geht die Aufmerksamkeitsspanne schon ganz schön runter. Also es ist ein neues Medium und man kann das nicht einfach so eins zu eins übertragen. Und natürlich ist das ungewohnt, wenn man in so einem Zoom-Format da zu diesen Kächelchen, die sich dann auch noch alle ausschalten und dann spricht man ja nur zu so einer schwarzen Kachel. Das ist natürlich schon ungewohnt. Ja, aber ich finde es deshalb bemerkenswert, was Sie sagen, weil Sie sagen jetzt genau, was die Wirkung des Mediums ist. Also das heißt, sie zwingt uns auch in eine Transformation. Kürzere Inputs, also bei uns laufen Vorlesungen eineinhalb Stunden. Das ist auch eine Tradition, die interessanterweise die Studis auch einklagen. Also ich habe auch teilweise meine Vorlesungen mit PowerPoint gemacht. Dann sagten die mir irgendwann, ach, Frau Esser, lassen Sie das doch mit dem PowerPoint. Wir hören Ihnen lieber zu. Da sind wir so abgelenkt. Wir hören Ihnen lieber zu. Ich war echt von den Socken, weil das habe ich schon lange, das war so eine Welle, zehn Jahre irgendwie mit PowerPoints. Und dann wollen die keinen PowerPoint. Aber ich weiß schon, jetzt wird hier gerade, es zuckt so ein Gedanke in den Raum. Ja, also wenn die Ihnen gerne zuhören, dann können die auch Podcasts hören. Genau das ist es. Aber das ist eben monologisch. Und auch eine Vorlesung läuft bei mir jedenfalls so ab, dass ich zwar lange spreche, aber dass es trotzdem einen Dialog gibt. Also dass ich irgendwie Punkte einbaue und sage, so und jetzt stellen Sie mal Ihre Fragen. Oder ich merke doch, hier vorne regt sich eine gewisse Anspannung. Das war der eine Gedanke. Der andere Gedanke war bei mir, aber haben Sie diese außergewöhnlichen wenigen Studierenden noch, die es gibt auf dieser Welt, die nicht mehr Häppchen konsumieren? Sie sprachen vorhin von der Häppchen-Philosophie. Während Sie, Herr Beußen, gesagt haben, ja, die machen nebenbei, die gehen auf ihre Social-Media-Kanäle, machen hier noch das und das, hören damit. Und am besten filmen Sie das Ganze direkt dann noch ab, damit Sie sich das hinterher auf dem Laptop angucken können. Sind das völlig unterschiedliche Studierendenwelten? Ich glaube, tendenziell ist das schon so, dass jeder gerne ein Häppchen. Es ist ja nun gerade vielleicht auch die Aufgabe der universitären Lehre, die Leute ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszulocken und das eben nicht zuzulassen. Und da verstehe ich schon, wenn Frau Esser auf die anderthalb Stunden, wo man sich jetzt mal auf Hegel einlässt, dann auch einklagt und sowas nicht zulässt. Das finde ich auch gut. Stückweit sind die Fächer dann auch unterschiedlich. Bei uns ist das halt so Operations Management. Da geht es um Industriebetriebe, um Logistikkonzerne. Und da öffnet so ein Medium wie Online-Lehrer halt auch einfach immer die Möglichkeit, sich vor ein Greenscreen zu stellen. Und im Hintergrund blendet man dann eine Automobilfertigung ein und kann dann halt zeigen und dann können die Studierenden quasi erfahren, worüber es halt geht. Also das ist sicherlich ein Stück weit auch ein Unterschied. Aber natürlich haben tendenziell alle Universitätslehrer damit zu kämpfen, mit dieser Häppchenphilosophie. Und das muss man halt einklagen, die Leute dazu zwingen, an der Schmerzgrenze zu denken über mehrere Wochen und dann irgendwann mal zu sagen, ach Mensch, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und das schafft man natürlich nicht, wenn man einfach nur immer 5-Minuten-Videos anguckt. Es wird schwer zumindest. Ja, also sehe ich genauso. Es ist quasi unsere, ja unser Auftrag bei der Ausbildung für auch, damit man in unserem Fach, wir bilden ja durchaus auch den Forschungsnachwuchs aus. Also ich habe natürlich auch Studierende, wo ich weiß, naja gut, deren Interesse ist quasi eine möglichst schnelle Umsetzbarkeit, beispielsweise im Unterricht, also Ethikunterricht oder Philosophieunterricht. Die haben auch andere Bedürfnisse, denen versuchen wir auch durchaus Rechnung zu tragen, diesen Bedürfnissen. Aber die sind interessanterweise auch nicht alle gleich, also auch nicht alle so, dass sie irgendwie Anleitungen wollen oder eben eine Wissensvermittlung, sondern die merken dann im Laufe des Studiums auch, dass sie diese gedankliche und argumentative Sicherheit brauchen, damit sie beispielsweise in der Oberstufe einen Leistungskursethik oder auch einen Grundkursethik irgendwie mit den Leuten, ja auch irgendwie, man kann sagen, mit denen wirklich adäquat auf Augenhöhe diskutieren können. Aber ich denke, unser Auftrag ist eben auch für das Bestehen unseres Faches und das ist bei uns jetzt nicht ganz so einfach, weil sie müssen sich klar machen, die Philosophie ist jetzt nicht so eins zu eins in die Berufswelt überzuführen, außer wenn man eine universitäre Karriere anstrebt. Aber auch dafür brauchen wir natürlich einen Nachwuchs und deshalb müssen wir auch von Anfang an im Grunde schauen, dass wir uns die Leute ein bisschen ziehen. Es ist also auch eine Haltung, die über die Inhalte hergestellt wird. Aber der Nachwuchs, wenn ich das so nennen darf, ist ja beispielsweise Ihr Juniorprofessor David Löwenstein, der einer der beiden Lehrpreisträger der Friedrich-Schiller-Universität in diesem Jahr ist. Er wurde prämiert dafür, dass er Vorlesung und Übung miteinander verzahnt, aber auch er integriert ein digitales Werkzeug, nämlich das Handy. Ist das auch die philosophische Lehre der Zukunft? Oder ist das etwas, was nur er persönlich auf diesen Weg bringt? Denn er entfernt sich ja von den anderthalb Stunden am Stück Vorlesen. Ja, Moment. Das ist nicht ganz so einfach zu sagen, er entfernt sich, sondern er integriert ein digitales Werkzeug zur Unterstützung der Präsenzlehre. Das ist ein Unterschied. Also er nutzt bestimmte Tools und das machen wir alle. Wir haben alle Moodle, Chats laufen und so weiter. Aber es ist ein Unterschied, ob man es zur Unterstützung der Präsenzlehre, also da geht es um den Versuch, in der Vorlesung dieses One-to-Many aufzulösen und auch ein Many-to-Many zu etablieren, also dass die Leute untereinander beispielsweise kommunizieren oder sofort eine differenzierte Rückmeldung geben können. Und insofern, der David Löwenstein ist ein wunderbares Beispiel, weil der gerade aus Präsenzlehre extrem engagiert ist und eigentlich überhaupt nicht zurückfährt, sondern genau das macht, was ich auch einen sinnvollen Punkt finde, nämlich wie kann die Präsenzlehre profitieren von digitalen Tools. Das ist aber keine Ersetzung. Also es ist quasi kein Weg in eine Verminderung der Präsenzlehre oder den Inhalt mit der Form verwechseln, sodass dann das Handy quasi in irgendeiner Weise eine andere Funktion hätte, als lediglich eine kurze Rückmeldung zu geben. Ist das bei Ihnen eher andersrum, Herr Beuysen? Denn aus Ihrem Bereich stammt ja der zweite diesjährige Lehrpreisträger, Dr. Stefan Fetke. Und er beweist, dass sich digitale Elemente mit Präsenzlehre besonders gut mischen und verbinden lassen. Aber mir scheint, das geht von der anderen Seite, von dem Online ausgehend zu dem Digitalen. Ja, da ist natürlich, jetzt kommt wieder die Unterschiede in den Fächern zum Tragen. Da geht es halt darum, Simulationswerkzeuge, also zum Beispiel die eben von mir zitierte Automobilfabrik, jetzt im Rechner halt nachzustellen. Und da kommt man halt nicht darum um, da müssen die Studierenden sowas halt machen. Und da ist es geradezu ideal, wenn man dann eine Online-Vorlesung hat, da macht Herr Fetke, führt das vor und erzählt die Theorie dazu. Und dann unterbrechen die Studierenden den Videostream kurz und vollziehen das dann selber halt nach. Und die Präsenztermine, die nutzt man dann halt dafür, dass die Probleme diskutiert werden. Dass die Studierenden dann mit ihren Lösungen kommen und sagen, ah, hier fehlt der Blinker am Auto, das hat noch nicht so ganz geklappt. Und dann guckt Herr Fetke sich das an oder die Tutoren, die wir denn da haben und sagen, ach, guck mal, da hättest du die Einstellung hier machen müssen und so. Das klärt man natürlich nach wie vor dann in der Präsenzlehre. Und das wäre halt mein Appell. Ich bin ja jetzt wirklich beileibe nicht derjenige, der jetzt fordert, reine digitale Lehre zu machen, sondern man soll sich aus beiden Welten halt das rausgreifen, was man gut gebrauchen kann. Und dann hoffentlich eine bessere Lehre daraus insgesamt zu machen. Wobei das ein ganz gutes Beispiel ist, der Vergleich Löwenstein-Fetke. Weil also bei Fetke ist es zum Beispiel so, der hat in seinem Modul dann einen Workload von 180 Stunden angesetzt und ich glaube, 56 davon sind noch aus Präsenz gedacht. Und der Rest, also es ist genau ein, ich würde sagen, das Hauptlernziel ist die Umsetzung dann, also das Erlernen der Programmierung und die Umsetzung von Echtsituationen in Programmen. Und das ist etwas, was die Studierenden ja für sich alleine auch machen können. Also da ist es ja vollkommen sinnvoll. Es ist wie bei uns Lesen. Lesen kann man auch erst mal nur alleine. Da merkt man, dass Sie in der Jury saßen, dass Sie auch die anderen Bereiche so gut und inhaltlich kennen. Fällt dabei auf. Für mich aber die Frage, Sie sind meines Erachtens sich gerade wieder ziemlich nah gekommen. Sie sind für eine Mischung, wenn ich das so simpel zusammenfassen darf, von Präsenzlehre und Online-Elementen, nur vielleicht in einem anderen Mischungsverhältnis, was das angeht. Wie wird denn nach Ihrer Meinung die Lehre der Zukunft gehen? Ist das, was wir bisher erlebt haben oder gerade dabei sind zu entwickeln, das, was weitergehen wird? Oder wollen Sie einen deutlichen Schritt wieder davon wegmachen? Und Sie, Herr Beuysen, danach vielleicht, wollen Sie die vielen Online-Elemente beibehalten? Wir werden auf jeden Fall einiges beibehalten. Aber ich denke, wir sind uns darüber einig, dass die Zukunft spannend wird. Weil Frau Esser hat es ja vorhin auch schon mal, dass von politischer Seite da einige Entwicklungen kommen könnten. Weil das ist halt Online-Lehre, ist ein ganz klassisches digitales Gut, so ähnlich wie ein Film auf Netflix. Ich habe halt hohe Produktionskosten und die Verbreitungskosten gehen nachher gegen Null. Also wenn ich den Kurs einmal konzipiert habe und womöglich auch die ganzen Aufgaben, die man da lernen muss, automatisiert abfrage, dann ist es egal, ob ich zehn Studierende habe oder tausend Studierende. Und das setzt natürlich auch eine Bewegung der Studierendenschaft in Gang, weil die sich sagen, oh, muss ich dann den Kram beim Beuysen in Jena hören? Da gehe ich doch lieber zu der berühmten Kollegin ans MIT und mache da den Kurs und habe ein ganz anderes Renommee. Und wenn das erstmal richtig einsetzt, und dieser Druck wird wie so häufig aus den USA kommen, wo sie dann halt für ihr Studium zigtausende an Dollar halt zahlen, und da werden viele in den nächsten Jahren, wie jetzt meine Prognose, die gesehen haben, das ist gar nicht so schlecht, die Online-Angebote, oder ich mache lieber vielleicht ein bisschen schlechteres Online-Angebot als Präsenzlehre, habe dafür am Ende meines Studiums aber keine hunderttausend Dollar Schulden. und da wird jetzt viel Online-Lehre gemacht werden und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es spannende Jahre werden für die universitäre Lehre, da ein Stück weit auch Rückgrat zu behalten und nicht einfach so hinweggepustet zu werden nach den ökonomischen Grundregeln, die dann natürlich gelten hier im Raum der Lehre. Brauchen wir deswegen diese politisch entwickelten Studierenden und Uni-Angehörigen, um sich gegen wirtschaftliches Denken in der Lehre entgegensetzen zu können? Ja, das ist ja die Bewegung, also auch die Forderung der Präsenzlehre, was heißt zurück? Ich würde ja sagen Stärkung der Präsenzlehre. Das ist quasi der Hintergrund dieser Bewegung auch und ich finde, jetzt haben Sie eben ganz wunderbar, Herr Beuysen, politisch argumentiert und das heißt, ich sehe das genauso. Da muss jetzt die Skepsis im Grunde von vornherein wachsam sein, also Skepsis im Sinne des Prüfenden, dass wir uns nicht im Grunde naiv sagen, naja, das wird sich irgendwie entwickeln, sondern man kann dem und muss dem, sofern man jetzt irgendwie in einem hochschulpolitischen Zusammenhang aktiv ist, auch dieses Prüfende entgegensetzen und sagen, Moment mal, das ist jetzt nicht das Allheilmittel oder nehmt doch bitte auch Studien zur Kenntnis. Es gibt Studien von 2004 schon, die sagen, eine erfolgreiche, sind internationale Studien von Lawrence Tomei, ich habe mir das nochmal kurz aufgeschrieben, und da hat eine Untersuchung gemacht, übrigens ein Vergleich zwischen Studierenden aus den technischen Wissenschaften, technischem Bereich und der Education Studies und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die erfolgreiche Online-Lehre eine kleinere Gruppe bedarf, damit die Interaktivität und der Studienerfolg gesichert ist, als die Präsenzlehre. Also das heißt, die Reden von Gruppen von 11 bis 14, nur da kann man sicher sein, dass jetzt im Rahmen von Seminaren tatsächlich der Studienerfolg in der Qualität genauso transportiert wird oder vielleicht auch auf eine Eigendynamik hat, wie in der Präsenzlehre. Also das wären jetzt nochmal so Punkte, wo ich sagen würde, solche Ergebnisse müssen mit in die Diskussion geworfen werden, damit wir nicht naiv einer Entwicklung einfach nur zuschauen, sondern uns klar machen, dass all das, was Sie jetzt auch genannt haben, dass es einfach auch wirtschaftliche Überlegungen geben könnte, die einerseits in Sparmaßnahmen verbunden werden können, dass es eine Präferenz für Leuchttürme, sogenannte Leuchttürme an den Universitäten geben kann, wo wir dann also Studierendenmigrationen haben hin zu diesen Leuchttürmen und auch letztlich eine Strahlkraft nur einzelner Lehrender oder vermeintlich auch ganzer Institutionen und andere dann abgehängt werden. Und damit haben wir dann so eine Art Homogenisierung auch der Fächer. Wenn alle quasi nur noch die Leuchttürme hören und das, was dort mitgeteilt wird, dann haben Sie auch eine Rücknahme der Heterogenität in der Diskussionskultur eines Faches, was für Wissenschaft einfach konstitutiv ist. Und der andere Punkt, den ich eben wichtig finde, ist, es hat bereits eine Entwicklung stattgefunden. Also es gibt bereits Online-Universitäten. Die Technische Universität Madras ist eine reine Online-Universität. Das kann man, und da geht es um, es ist eine Technische Universität, da kann man das machen. Aber wenn das erst mal sich etabliert hat, kann man natürlich sagen, ja gut, also wir haben jetzt hier die Vorlesung von der ESSA, die lief doch ganz prima, die stellen wir jetzt ins Netz. Die muss sie nicht noch mal halten, sondern die kann weitere und andere machen. Also das heißt, man kann hier dann letztlich auch unter Effizienzkriterien auch gewisse Bereiche personell runterfahren. Für die neue Vorlesung braucht es dann keine Tutorien mehr, braucht es keine Mitarbeiterinnen mehr, sondern die ist jetzt schon in der Kiste. Da sehe ich also, da sehe ich Schwierigkeiten. Und Sie haben nämlich nach der, Sie haben mir eine Frage im Vorfeld mal gestellt, ob das nicht eine grundlose Angst sei, dass die Präsenzlehre abgeschafft wird. Ich halte das nur für eine grundlose Angst, wenn man glaubt, es gäbe irgendjemand, der vorhat, die Präsenzlehre abzuschaffen. Aber tatsächlich ist es ja so, niemand hat die Absicht, die Präsenzlehre abzuschaffen. Tatsächlich aber gibt es Dynamiken. Und die sind ganz, Hegel würde sagen, hinter unserem Rücken. Die haben wir gar nicht willentlich im Blick, sondern es sind Strukturen, die sich entwickeln. Anreize, kostengünstige Formate, da kriegen wir mehr internationale Studierende oder wir können eben Online-Seminare wie Oxford anbieten, kosten 500 Pfund. Und das sind alles auch Wirtschaftsfaktoren, die für Universitätsleitungen oder für Personen, die dann außerhalb unserer Fächer und unserer Lehre stehen, möglicherweise Entscheidungen treffen. Und da würde ich sagen, hab acht. Ich stimme vollkommen zu, hab acht auf jeden Fall. Aber ich würde halt auch dafür plädieren, dass man jetzt nicht sagt, jetzt alles abblockt, sondern meine Hoffnung wäre, dass die Zukunft so aussieht, dass die Heterogenität der Angebote Präsenz und Online halt wächst und dass Studierende eine größere Wahlfreiheit da haben. Wer halt durch zeitliche Restriktionen darauf angewiesen ist, Online zu studieren, der kriegt bessere Online-Angebote. Und wer nach wie vor im traditionellen Präsenzmodus studieren will, der soll das bitte gern auch machen. Und vielleicht gibt es dann auch noch Lösungen dazwischen. Also meine Hoffnung wäre, dass jeder sich das raussuchen kann, was für ihn am besten funktioniert, bei der Lehre und beim Lernen. Ja, bei dieser Liberalität, da wäre ich skeptisch. Also einfach deshalb, weil ich denke, dass damit die Studierenden im Grunde von vornherein so eine Art, ja, ich picke mir das raus, was mir gefällt, sie machen bestimmte Erfahrungen nicht mehr. Sie werden auch in bestimmte Situationen damit möglicherweise nicht gezwungen, also zum Beispiel sich in einer Präsenzsitzung, in einem Blog-Seminar, wo wir drei, vier Tage dann zusammen sind, mit anderen auseinanderzusetzen, sondern, ja, dann höre ich mir das halt mal am Abend an. Das ist was vollkommen anderes. Die Leute lernen was vollkommen anderes dann. Und deshalb wäre ich mit dieser Form der Liberalität nicht einverstanden. Auch deshalb, weil es die, ich würde sagen, die Präsenzlehre mehr unter Rechtfertigungsdruck setzt, weil sie ein größerer Aufwand, wir brauchen Räume, das kann man sich alles sparen, wir brauchen feste Zeitslots und so weiter. Also es ist etwas, was in gewisser Hinsicht vom Aufwand, könnte man sagen, auch größer ist, was die Rahmenbedingungen angeht. Und insofern wäre ich mit dem Liberalen nicht ganz so einverstanden, weil ich sagen würde, unser Auftrag ist eben auch, gewisse Dinge durchzusetzen. Also wie Sie auch gesagt haben, ich kann nicht durchsetzen, dass man Hegel über zwei Semester oder Kant, Kritik der reinen Vernunft, über zwei oder drei Semester liest, wenn ich gleichzeitig nebenher die Häppchenversion laufen habe. Dann grabe ich mir quasi meine eigenen Grundlagen ab. Da wäre meine Skepsis, und ich würde eben zum Beispiel sagen, nee, ich würde so schnell wie möglich, was die Seminare angeht, in eine Präsenzlehre zurückkehren. Ja gut, aber jetzt so extrem kann man es ja auch nicht machen. Um jetzt die Präsenzuni zu erhalten, verbiete ich halt, dass es irgendeine Form gibt, anders zu studieren. Das kann es ja auch nicht sein, weil dann können halt Leute, die nebenbei arbeiten müssen, nicht mehr studieren. Die würde ich dann ausschließen. Und ich denke, das will ja wohl wahrscheinlich auch keiner von uns haben. Ja, also rechtlich kann man das eh nicht regeln durch Verbote. Ich glaube, das ist ein politischer Prozess. Und die Frage ist zum Beispiel, was bietet man an? Also wozu entscheidet man sich, was fördert man mit Geldern beispielsweise? Es gibt unheimlich viele Gelder, die man abrufen kann. Wir haben das jetzt gerade auch schon ausprobiert, wie die Online-Lehre verbessert werden kann. Aber verstehen Sie, das ist eine indirekte Steuerung. Hier geht es nicht um Verbote, sondern es geht um die, das muss ich ja einen Wirtschaftswissenschaftler nicht erklären, um Anreize. Durch Förderung kann man solche Sachen halt aufhalten. Aber letztlich wird der Konsument, und das ist in diesem Fall halt der Studierende, entscheiden, was für ihn besser ist. Und von daher würde ich doch auch dafür plädieren, das jetzt einfach nicht komplett sich einzugraben und zu sagen, es muss alles so schön bleiben, wie es halt war. Weil irgendwann geht es dann trotz üppiger staatlicher Förderung, geht es einem dann halt so wie dem öffentlichen Rundfunk, den plötzlich keiner mehr hört, weil die ganze junge, nachwachsende Generation zu Netflix gewechselt ist. Man kann sicherlich durch die entsprechende Förderung die Entwicklung aufhalten. Man wird sie allerdings auf lange Sicht nicht aufhalten, wenn halt die Studierende das halt anders sehen. Ich muss aber noch zum Aufhalten was sagen. Das war nicht der Punkt, zu sagen, verbieten oder aufhalten, sondern mitgestalten, also prospektiv zu überlegen, was für Formate sind sinnvoll und wogegen muss man sich tatsächlich auch wirklich politisch verwehren. Um wenigstens, sagen wir mal, um nicht naiv einer Entwicklung, einfach von einer Entwicklung mitgerissen zu werden. Ich bin völlig bei Ihnen. Was machen wir denn jetzt? Ganz einfach. Wir machen ein Schlusswort dazu, denn es ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und das von Ihnen angesprochene Thema der gesellschaftlichen Veränderung und ihr Einfluss auf die Universität oder der Universität auf gesellschaftliche Veränderung ist sicherlich wieder ein eigenes Thema. Für heute darf ich mich bei Ihnen beiden erstmal ganz herzlich bedanken für die spannende Diskussion, für dieses Gespräch auch ein Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie bis jetzt zum Ende dabei waren. Ich bin überzeugt, alle haben aus diesem Gespräch etwas mitgenommen und das kann jetzt im kommenden Wintersemester mit seiner Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre sicher gut eingesetzt werden und nochmal auf den Prüfstand gebracht werden. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem halben Jahr wieder und gucken, wie die Entwicklung vorangeschritten ist. Herzlichen Dank erstmal für dieses Mal. Das war der Podcast laut gedacht des Forschungsmagazins der Friedrich-Schiller-Universität. Das war der Podcast.